Heute ist Dienstag, der 8. Mai 2012 und für uns ein langer, stressiger, anstrengender Arbeitstag. Aber heute scheint auch die Sonne. Frühlingsduft liegt in der warmen Luft und die Natur explodiert. Wir können es sehen, riechen, fühlen. Denn wir nutzen die Abendstunden für einen schönen Spaziergang über das Rottfeld am Westabfall des Spessart. Mit Fernblick in die Main-Kinzig-Region. Hier liegt übrigens die alte vom Sturm Kyrill einst gefällte Rottfeld-Eiche. In dessen Nähe, keine 1000 Meter entfernt, ich einige Jahre gewohnt habe. Wodurch dieser markante Baum zu einem häufigen Fotomotiv und Gedankenmacher wurde. Oft habe ich hier gesessen und sinniert, was diese alte Eiche schon alles erlebt hatte in den Jahrhunderten ihres Daseins. Daseins! 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 Musik 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 Wir lieben die Stille, die Weide, die Fernblicke. Und so kehren wir wie so oft in die Gaststätte Fernblick oberhalb des Rottfelds ein, auf deren Terrasse man die Natur um sich herum sieht, fühlt, riecht und den Blick in die Ferne genießen kann. Das gefällt uns und versöhnt uns mit diesem zuvor so stressigen Arbeitstag. Musik 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 Stimmt. Stimmt. Nicht. Nicht. Nicht die Frau, der ist ganz schön unterbunden. Ja, dann. Hier ist Nacht. Nein, der sollte nicht kommen, aber... ...Ugineur und Doktor und Schickmann und Professor...